Wie schädlich sitzen ist, welche zentrale Rolle dabei der Säure-Basen-Haushalt spielt und wie ihr schöne, gesunde, schlanke Beine bekommt und behaltet, erfahrt ihr nach dem Intro. Sitzen ist das neue Rauchen, insbesondere für eure Beine, denn die kennen das nicht. Sitzen ist total unnatürlich. Dazu müssen wir uns wirklich bewusst machen, wir haben uns über Jahrtausende, bis vor ein paar Jahren, also für meinen Körper bis gerade eben, bis gerade eben, haben wir uns eigentlich immer bewegt. Wir haben uns jeden Tag, so gut wie den ganzen Tag lang bewegt. Und daran hat sich unser Herz-Kreislauf-System gewöhnt. Unser Herz ist in erster Linie darauf ausgerichtet, das Blut in den Körper hineinzupumpen, dass das wieder zurückkommt, aus den Beinen, von da unten, gegen die Schwerkraft, wieder hoch. Dazu braucht es Bewegung. Die hatten wir über Jahrtausende, deswegen war das über Jahrtausende, bis gerade eben, überhaupt gar kein Thema, dieses Rumgesitze. Durch Bewegung aktivieren wir unsere venöse Muskelpumpe. Das müssen wir uns bewusst machen. Das Herz pumpt das Blut in den Körper hinein. Die venöse Muskelpumpe pumpt es wieder zurück, pumpt es wieder hoch zum Herzen. Dazu machen wir uns bewusst. In den Venen haben wir Venenklappen. Das sind wie Rückschlagventile, damit wenn wir rumsitzen, das Blut nicht zurückfließt, sondern zumindestens mal dort bleibt, wo es ist. Aber erst durch Bewegung, erst wenn sich der Muskel anspannt, drückt der auf die Venen und dadurch öffnen sich die darüber liegenden Venenklappen und nur so kommt das Blut wieder zurück zum Herzen. Nur mit genügend Bewegung über den Tag haben wir die Durchblutung, die wir insbesondere auch in unseren Beinen brauchen, damit die nur gesund bleiben, damit die einfach nur erhalten bleiben, unsere Beine. Und das gleiche System haben wir auch genauso in unserer Lymphe. Da sind auch diese Klappen, diese Rückschlagventile. Und nur durch Bewegung, nur durch Muskelanspannung, nur durch Druck öffnen die sich. Und nur so haben wir auch genau den perfekten Lymphfluss, den wir brauchen. Und die Lymphe ist unser Reinigungssystem. Für all das im Bindegewebe, was zu groß ist, als dass es durch die Aderwand ins Blut kommt und von da aus zurück transportiert wird. Das geht direkt aus dem Bindegewebe über die Lymphe. Und beides funktioniert nur mit Bewegung. Also das Problem ist, durch Sitzen fließt das Blut nicht entsprechend, so wie wir es bräuchten, um gesund zu bleiben. Und auch die Lymphe wird nicht abtransportiert. Dadurch ist es vorprogrammiert, dass wir dicke Beine bekommen, weil das Blut nicht abfließt, weil die Lymphe nicht abfließt. Und dann haben wir geschwollene Füße, wo wir abends sehen, die Socken, die Strümpfe, die drücken ein, die haben ordentliche Spuren hinterlassen, weil das Gewebe einfach über den Tag vollgelaufen ist. Wir haben Wasser in den Beinen, in dem Sinne Lymphe, Lymphstau in den Beinen und natürlich ein Riesenproblem, weil das alles an Stoffwechselendprodukten nicht abtransportiert wird. Also wir sind auf der einen Seite vom Blut her unterversorgt, weil es einfach nicht hineinfließt. Da ist ein Stau. Da ist wirklich Stau. Das Herz kann nicht entsprechend nachdrücken. Durchblutung in den Beinen ist zu schlecht. Wir sind unterversorgt. Das heißt, den Geweben fehlen, der Sauerstoff und die Nährstoffe, die kommen nicht entsprechend nach, wie wir sie bräuchten zur Regeneration. Und die ganzen Säuren, die auch immer entstehen, werden nicht abtransportiert. Das heißt, wir sind auch noch übersäuert in den Geweben, insbesondere in unseren Beinen. Die immer entstehende Kohlensäure, die Milchsäure, die Harnsäure, die Essigsäure, die ganzen Säuren, die ganzen sauren Stoffwechselendprodukte werden nicht abtransportiert. Und wir sind damit mitten im Säurebasenhaushalt. Das Basische, das Gute, das Gesunde, Sauerstoff, Nährstoffe, Basen fehlen. Wir sind unterversorgt. Und die ganzen Säuren, die im Körper immer entstehen, werden nicht abtransportiert. Und wenn das jetzt ein längerer Zustand ist, also durch häufiges, langes Sitzen, durch diese lange Unterversorgung und dieses lange Übersäuren, man kann wirklich sagen, unsere Gewebe, unsere Beine verhungern und ersticken. Und da leidet natürlich die gesamte Regeneration. Das Bindegewebe wird immer schwächer. Es kann nicht regenerieren. Regenerieren. Und dann suchen sich die Adern die Durchblutung, weil sie eigentlich helfen wollen, ihren Weg. Ja, aber die Krampfadern sind vorprogrammiert, weil natürlich weder die Bindegewebe noch die Venen regenerieren können. Und dann gehen die Venenklappen, die vorher noch dicht gehalten haben. Die Venenklappen degenerieren, gehen kaputt und dann fließt das Blut wirklich zurück. Das ist das Phänomen. Die Krampfadern, dann bilden sich neue Adern, weil es irgendwie weitergehen muss. Der Körper will natürlich das Gewebe durchbluten und ernähren und erhalten. Und dann bilden sich Besenreißer, weil es irgendwie weitergehen muss. Ihr bekommt aber letztendlich die Gewebe, weil das ist ein chronischer Zustand. Die ist häufige, lange Sitzen. Eure Beine verabschieden sich, ihr bekommt Raucherbeine. Und noch viel schlimmer, den Spruch kennt ihr auch vielleicht, habe ich auch extra Film zu. Wer rastet, der Arthritis, Arthrose, Gicht und Co., Rücken. Ja, viele haben Rücken oder viele haben auch Knie. Ja, ich habe Knie. Wer rastet, bekommt massive Gelenkprobleme, denn unsere Gelenke sind gar nicht durchblutet. Und wenn wir die nicht bewegen und belasten und trainieren, haben wir innerhalb der Gelenke und innerhalb der Bandscheiben gar keinen Stoffaustausch. Dann erstickt und verhungert das Gelenk. Dann haben wir da massive Probleme. Extra Film, aber auch die Gewebe leiden natürlich. Aber jetzt im positiven Sinne. Für schöne, schlanke, gesunde Beine braucht es Bewegung. Nur, dass wir das verstehen, wie wichtig diese 10.000 Schritte über den Tag verteilt. Nicht an einem Stück, das ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Diese vielen kleinen Bewegungseinheiten, einmal hier zum Kollegen, einmal da hinlaufen, die Treppe statt den Aufzug und so weiter und so weiter und so weiter. Da mache ich wahrscheinlich nochmal ein ganzes Buch dazu. Diese Bewegung über den Tag ist so wichtig, weil dann haben wir die venöse Muskelpumpe, dann kann die Lymphe abfließen. Das ist für unsere Beine so wichtig, nur um gesund zu bleiben. Damit sie dann aber auch schön geschmeidig bleiben, beweglich bleiben, brauchen wir dehnen und stretchen und dass wir unsere Beine auch mal immer so, gerade nach langen, sitzen. Dass wir die Muskulatur, die Sehnen und Bänder mal so ein bisschen dehnen und stretchen, so wie das jedes Tier eigentlich macht, wenn es aufsteht. Ja, Beweglichkeit, auch ganz wichtig. Dann brauchen wir Training als nächstes. Training ist ein unersetzlicher, unersetzlicher Punkt zum Erhalt unserer Gewebe. Denn Training, diese Belastung, mal Zug, mal Druck, ist immer wieder der erforderliche, unersetzliche Reiz zur Regeneration. Training startet unsere körpereigenen Programme zur Regeneration. Dazu brauchen wir zwingend regelmäßig Training. Schönen kleinen Tipp habe ich noch, aber dazu gibt es dann auch noch einen extra Film mit dem Stichwort Bindegewebe. Aber auch an dieser Stelle nochmal hüpfen, springen, wie so ein Andehnen strafft das Gewebe. Was ebenfalls das Gewebe wunderbar strafft, sind Wechselduschen. Also nicht nur mal warm duschen, die ganze Warmduscher hier, sondern auch mal kalt duschen. Das zieht die Gewebe zusammen und das ist auch ein Reiz, sich zu straffen. Und es fördert mal wieder die Durchblutung und den gesamten Stoffaustausch. Aber das Ganze hilft uns natürlich nichts, wenn wir uns nicht vernünftig ernähren. Du bist, was du isst. Und die ganze Bewegung und das Training und die ganze gute Durchblutung bringt dir nichts, wenn da kein Material zur Regeneration kommt. Das heißt, du brauchst diese von uns, da haben wir auch extra Filme zu, diese basenüberschüssige, vitalstoffreiche, ballaststoffreiche, 80-20 Ernährung. Dazu haben wir auch einen richtig schönen Ratgeber, kannst du dir auch kostenlos downloaden. Ist auch in der Videobeschreibung, genauso wie die ganzen anderen wertvollen Videos auch. Also du brauchst die gute Ernährung und natürlich, extra Punkt, eine gute Verdauung. Wenn du die mal ruiniert hast, mit ständig Süßigkeiten oder viel zu viel Fleisch oder mit Antibiotika, dann musst du auf die Verdauung achten. Auch dazu haben wir natürlich einen schönen Film, damit wir das, was wir essen, auch wirklich verdauen und aufnehmen können. Also das ist natürlich ganz wichtig. Das Material muss schon kommen. Wenn da nichts kommt, dann kannst du trainieren, was du willst. Funktioniert nicht. Sondern brauchst du natürlich, weil viele sind im Stau und wir kommen halt auch öfters um das Sitzen, nicht drumherum. Ja, wir sitzen manchmal, geht mir genauso. Ich sitze sehr viel und oft und länger im Auto. Natürlich mache ich meine Pausen und mache dann meine Übungen. Ja, aber ruckzuck sind wieder ein, zwei Stündchen vorbei, dass man im Auto sitzt, dass man am Schreibtisch sitzt, dass man in einer Besprechung sitzt. Wir sitzen halt. Summiert sich über den Tag und viele merken ja, dass sie abends im Stau sind. Und dann empfehlen wir basische Körperpflege. Weil die Haut ist ein super Ausscheidungsorgan und das könnt ihr euch super zunutze machen zum Entsäuern, zum Entschlacken. Und das zurückgestaute Wasser haut von ganz alleine ab. Ja, also macht ihr abends mal einfach mal ein Fußbad. Ihr macht ab und zu mal ein Vollbad. Ihr geht in die Sauna. Dampfbad, Peeling, Massage. Ihr könnt Stulpen anziehen oder auch basisch getränkte Strümpfe. Das ist immer das Prinzip Kneipp. Ganz eigene Wissenschaft. Basische Körperpflege. Aber macht euch die Haut zunutze als Ausscheidungsorgan, als Entsäuerungsorgan. Und dabei, auch ein super Flyer zu, packen wir in die Videobeschreibung, haben wir auch noch schön ein Flyer bürsten in Ausscheidungsrichtung. Das heißt, wir können es so richtig wegschieben. Und zwar zu den Stellen hin, wo die ganzen Schweißdrüsen sind, nämlich genau an den Füßen. Nur allein an den Füßen haben wir 90.000 Schweißdrüsen. Und das Fußbad ist so simpel. Also schiebt es runter und über die Füße und viele merken und riechen ja sowieso schon, was ihr über die Füße raus will. Dann holt es raus, dann seid ihr nicht im Stau, dann bekommt ihr nicht diese Probleme. Also basische Körperpflege auch ein ganz, ganz starker Hebel. Und wenn ihr schon Probleme habt oder schnell Erfolge haben wollt für den nächsten Sommerurlaub, es gibt natürlich auch professionelle basische Anwendungen, wo dann basisch gebürstet wird, Peeling gemacht wird, Massagen gemacht wird, geschröpft wird, schröpfen, also mit Vakuum da, auch Geräte unterstützt dort zu arbeiten. Das ist natürlich der Turbo durchs Bindegewebe, mega gigantisch zur Regeneration, danach noch schön basisch einwickeln. Das Ganze hier nutzen auch unwahrscheinlich gerne Sportler, weil die natürlich durch den Sport, gerade über Wettkämpfe, völlig übersäuert sind. Deswegen habe ich auch gerade für Sportler, weil für die ist das auch wichtig, ja, ganzes Buch geschrieben. Also das Thema hatte ich auch ganz viele Diskussionen mit Sportlern, weil die gesagt haben, ey, ich habe doch jetzt Sport gemacht, jetzt kann ich doch den Rest des Tages rumsitzen. Ich sage, nein, immer wieder müsst auch ihr, immer wieder müssen auch gerade Sportler laufen und sich bewegen, weil sie brauchen die Durchblutung zur Regeneration. Also da ist das ganz wichtig, wieder mit den Schritten. Und gerade die nutzen dann zur ganz schnellen Regeneration die professionellen basischen Behandlungen. Und wenn ihr jetzt vielleicht länger schon im Stau wart oder Probleme habt und das Wasser in den Beinen schon sehr deutlich sich zurückgestaut hat oder ihr noch weitere Probleme da habt, Krampf an einem Besenreißer und so weiter, damit das nicht schlimmer, sondern hoffentlich besser wird, solltet ihr ganz gezielt eure Gewebe entsäuern und entschlacken. Das ist der Dreisprung der Entschlackung, haben wir einen extra Film zu, wie ihr hier mal, wenn sich da jetzt wirklich schon was abgelagert hat, wenn der Rückstau wirklich über Wochen, Monate, Jahre war, das seht ihr dann, das spürt ihr dann in euren Beinen, dann macht den Dreisprung der Entschlackung und macht euch unterm Strich ein schönes, gesundes, langes Leben mit genau diesen Tipps hier. Ihr Lieben, wenn euch die Infos gefallen haben, gebt uns gerne einen Daumen hoch, teilt das Video, abonniert den Kanal und drückt auch die Glocke, dass ihr über die nächsten Filme informiert seid und da nichts verpasst. Folgt uns auch gerne auf unseren Social Media Kanälen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt basisch. Bis zum nächsten Mal. Schuss.